Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben ja letztes Mal hier noch zum Schluss verzaubert, ne? Ich nehm übrigens immer noch den gleichen Tag auf wie die letzten acht Folgen, weil ich ja noch ein bisschen vorproduziere. Ähm, hab mich deshalb auch noch nicht so wirklich wegen des Verzauberns erkundigt, aber irgendwie... Äh, äh. Ich mein, ich hab aber jetzt schon so eine kleine Ahnung, wie es sein könnte, aber irgendwie... Näh. Und ich hab auch noch mal versucht, da hinten den Baum wegzumachen. Äh, da hinten ganz irgendwo weit weg. Und es ging immer noch nicht. Also, den wieder mit dem Editor weggemacht, weltgeladen. Ja, dann war er weg. Dann bin ich aus der Welt raus. Dabei ist die Versorgung von Minecraft abgestürzt. Und, äh, äh, ja. Dann war er wieder da. Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mir irgendwann auch, ähm, hier... Vielleicht mit Singleplayer-Comments den irgendwie wegmachen. Dann müsste ich mir aber erst holen und alles. Und, äh, umständlich. Aber da kann man ja auch so verschiedene Sachen machen mit, ähm, Shunk-Fix und sowas alles. Ähm, denn bei... MC-Edit hab ich jetzt irgendwie doch nicht so viel gefunden, wie ich erwartet hatte. Wie viel ist denn da noch drin? Ähm, schon leer. Krass, ey. Oder vielleicht waren auch die Steine drin. Ja, sag ich doch. Da ist auch bald leer. Okay, also... Bald hat sich das hier also schon wieder erledigt. Schade eigentlich. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht daran... Okay, ich denke mal, sollten noch genug Lava drin sein. Erstmal die Steine mit. Die will ja keiner da drin haben. Und das ist alles meins. Und das ist alles meins. So. Ähm... Dann bauen wir jetzt oben schnell noch das Dach endlich mal zu, denke ich. Als allererstes so. Und ich brauche noch zwei. So. Dann ja, werde ich demnächst auch nochmal Lava holen. Irgendwie bestimmt ja, sollte ich. Ansonsten muss ich mal gucken, oh, dass ich schlafen gehe. Ähm, ich habe noch eine kleine Idee. Vielleicht kann ich das da hinten mit dem... Kann ich den Baum endlich abreißen, wenn ich erstmal ein bisschen was drumherum hinbaue. Und ein bisschen Erde oder so aufschütte. Vielleicht geht das dann weg. Äh... Das wäre sonst mal eine einzige Möglichkeit da. Ich denke mal, das werde ich auf jeden Fall versuchen. Was ich danach noch groß machen werde, weiß ich aber nicht. Aber gut. So, der Zombie ist mir nicht wirklich gefolgt. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Das gefällt mir wiederum nicht. Na gut. Schnell ins Bettchen hüpfen. Oh geil, geht sogar. Der Zombie hat mich nicht anvisiert. Also hat er zwischenzeitlich schon gehabt, bestimmt. Aber okay. So. Ähm... Die Eimer können erstmal weg. Die werde ich irgendwann anders voll machen. Stein, Stein, Stein. Bald voll die Kiste. Geil. Na gut. Da habe ich auch einiges reingeschmissen. Nehme ich mal an. Wie ich mich kenne, ja. Dann könnte ich... Natürlich könnte ich auch dann halt oben da weiter basteln. Äh... Im Nähter oben, meine ich jetzt. Da habe ich ja auch mit Steinziegeln angefangen. Aber das werde ich ja... Das wollte ich ja mit Weiß verzieren, ne? Ich glaube schon. Also mit... Mit... Nähter Quarz. Das könnte ich auch nochmal sammeln gehen. Ich glaube, dass... Äh... Bisschen durch den Äther laufen, ein bisschen Quarz sammeln. War da ein Zombie im Haus? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ey. Dann ist dann noch ein... Creeper. Der was wie war das? Oh mein fucking Firewall. Auch nö. Arsch, ey. Ich mag den Creeper auf jeden Fall nicht. Der ist doof. Das Skelett interessiert mich jetzt nicht so sehr. Das macht keine Explosion. So. Mein Creeper macht ja damit zum Glück auch nicht so viel. Als ob ich viel... Viecher hier drin sind, ne? Wie viele Pfeiler habe ich? Auch geil, 40. Stimmt das? Das Schwert ist ja schon ordentlich gut. Für Mob Drop. Xp. Ja, so. Es kann teilweise sein, dass die von draußen reinkommen, aber auch, dass es hier drin nicht genug ausgeleuchtet ist. Kann alles sein. Aber gerade sagen. Und wir... 6 war ja ein bisschen wenig damage, ne? So. Ja, der super Innenhof. Da kommt ja noch ein Bäumchen hin und dann war es das. Ein paar Blumen da drum vielleicht. Ähm. So ist der Zombie noch hier. Ja, muss ich ihn töten. Ach komm, das geht auch diesmal ohne Pfeile zu verschwenden. Bam. 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 Ist das wie blöd oder so? Ich weiß es nicht. Meins? Die ganzen Blümchen sind weg, ey. Ich dachte gerade, das... Oh, Alter. Jetzt irritieren mich schon die Rüstungsständer. Stimmt, das kann ich das nächste Mal dann auch noch mitnehmen, wenn ich mal wieder drüben bin. Also, da hinten. Ne, da. Die Richtung ist es ja. Die Richtung. Ähm. Ein paar Rüstungen. Ich denke mal, ich habe da noch ein paar Goldrüstungen rumliegen. Anders als Goldrüstungen werde ich auch nicht. Obwohl, wie gesagt, vielleicht Gold- und Eisenrüstungen abwechseln. Das könnte ich eben auch noch tun. Diese Möglichkeit gäbe es auch noch. So. Ja, hier doch. Ja, auf jeden Fall bei dem Turm muss noch eine Etage drauf. Das muss einfach. Sonst ist der zu flach. Das sieht sonst... Naja, das sieht dann doof aus, würde ich sagen. Leben muss ich auch mal wieder sammeln gehen. Ich dachte echt, mit dem komme ich vielleicht ein bisschen mehr hin. Aber viel mehr als hier das Dach. Und halt ein bisschen beim Turm noch. Wenn der Leck mal aufhört. Da, mehr geht da wahrscheinlich dann auch nicht. Huch, fast reingefallen. Also da, das Dach, wird wohl auf jeden Fall nichts. Hätte ich zwar gerne gehabt, aber ja. Geht ja nicht immer alles so, wie man das will. Dann ab und zu noch ein paar Scheiben sollte ich mir holen. Bloß nicht reinfallen, ne? Das ist ja das alte Prozedere. Das ist leider nicht quadratisch hier, wa? Das hatte ich, glaube ich, vorher schon gewusst. Ist trotzdem traurig. So, ne, quadratisch ist es auf jeden Fall nicht. Quadratisch praktisch gut, noch lange nicht. Also schon lange nicht. So, muss ich gleich mal gucken, wie viele Blöcke ich denn da noch brauche. Auf jeden Fall nicht mehr allzu viele. Dann kann ich den Rest gleich in Dings machen. Ich brauche noch... So, die Blöcke brauche ich auf jeden Fall wieder, die beiden. Gut, den habe ich. So, wie viele brauche ich denn hiervon? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sind zehn, ich brauche zwölf. Und dann nochmal... Oh, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wenn ich richtig gesicht habe, brauche ich 21 Blöcke. Ich glaube, ich kann nur 24 machen. Den Rest mache ich dann einfach zu Treppen. Würde ich mal sagen. Dass man das tun könnte. Ja, irgendwie mit dem Treppenhaus bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. Vielleicht sollte ich einfach dann auch wieder hier die Treppe so seitlich hochgehen lassen. So wie sie hier halt runter... Also, so wie hier halt. Dann hat man hier halt die größere Halle quasi. Das werde ich vielleicht noch hoch irgendwann umändern, aber jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ich will erst mal so das Außen eher fertig haben. Hier wollte ich... Ich wollte 24, ne? Wow, zwei noch über. Ich habe mir schon gedacht, dass ich keine Treppen machen kann. Tja. So, jetzt mal gucken, ob ich mich verrechnet oder verzählt habe oder sonst sowas. Verzechnet, genau. Oder ob ich richtig liege. Also, mit dem 24 werde ich auf jeden Fall hinkommen, denke ich mal. Aber ob ich genau recht hatte, wüsste ich ja schon gerne. Na, wenn das hier oben nur 12 sind, dann hatte ich recht. Ja, doch, 4x3 passt, ne? Gut, das ist schon mal... Genugtuung zu wissen, dass ich recht hatte. Ist aber sogar fast quadratisch hier, ne? Wenn hier nur noch so ein Düppsel gewesen wäre, so... Aber okay. So, jetzt habe ich noch die zwei Blöcke da. Wow, mit dem kann ich so viel anfangen. Äh, da hebe ich mir die lieber auf. Und... Warte, ist hier irgendwo noch... Ne, ist alles zu, ne? Gut. Ähm... Dann werde ich jetzt, denke ich, erstmal mal kurz gucken. Jetzt hier reintreffe. Bam! Oh, ich werde immer besser. Äh, dass ich jetzt halt die restlichen Nebenblöcke dann noch kriege. Daraus werde ich dann Treppen bauen. Aber nicht nur Treppen, sondern auch anders. Anderes Zeugs, aber ein paar Treppen. Muss ich gleich nochmal erzählen, wie viele Treppen ich denn genau brauche, aber... Äh, zu viele auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier immer da drüber laufe. Ich finde das irgendwie gerade cool. In der letzten Aufnahme auch schon. Obwohl es halt echt kaum einen Unterschied macht. Außer, dass ich vielleicht weniger springe. Aber okay. Hör doch nicht auf zu sprinten, nur weil du das Essen in der Hand hast, ey. Ne, ne. Ne, ne. Hier müsste ich auch noch irgendwas hin. Hier ist einfach so eine schöne Fläche quasi. Ist ja nicht groß, ist hier noch was Kleines. Aber irgendwas muss hier hin. Irgendeine kleine Hütte oder so. Ich weiß gar nicht, was für eine. Also, lassen wir es erstmal noch. Aber irgendwann kommt da vielleicht noch irgendwas hin. Wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht. So. Also, viel Leben wird es leider nicht mehr. Das weiß ich jetzt schon. Tragischerweise. Vielleicht ist das jetzt auch schon alles. Das könnte sogar sein. Dann wäre das sehr, sehr tragisch. Dann hätte ich wieder zwei über. Okay. Immerhin das. Was? Jetzt habe ich wieder, ne. Los, los, los. Bam. So. Bloß keine Überham. So, jetzt baue ich erstmal schnell die, die da hin, ne. Für, für den Turm da. Und dann werde ich zählen, wie viele Treppen ich brauche. Dann werde ich die restlichen Ziegelsteine wahrscheinlich zu Treppen machen müssen. Ach, schon wieder so ein Hin und Her, ne. Aber okay. Und dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwann mal wieder ein bisschen Leben sammeln gehe. Könnte ich jetzt eigentlich auch machen. Müsste ich meine Schaufel mal wieder reparieren. Habe ich jetzt aber irgendwie nicht so Lust zu. Also Leben sammeln zu gehen, meine ich. Schaufel reparieren eventuell schon. Ja, doch. Kann man mal tun. Aber okay. Ah, wieder den ganzen Weg nach oben. So. Dann sind wir jetzt hier oben und packen da die Steine hin. Wer weiß, ob die überhaupt reichen werden. Okay. Gut, das ist jetzt übertrieben gewesen. Aber ja. Kann man ja wissen. Stimmt hier um die Ecke auch noch. Oh. Na toll, ey. Immer so viel zu tun hier. So. So, gut. Reichen wird's zwar, aber, ne. Ich brauche eine ganze Menge Treppen noch. Ich brauche noch 2, 3, 6. Warte. Erstmal 5, 10. 15, 20. Also ich brauche erstmal 40 allein für die. Ich brauche 80 Treppen noch. Und dann nochmal 40. Ich brauche noch insgesamt 120 Treppen, wenn ich nur noch eine Etage drauf machen will. Wenn ich noch mehr drauf machen würde, dann sogar noch mehr. Okay, gut. Ich kann dann auch, denke ich, bei demnächst hier mal drin mit Holz auskleiden. So, nach dem Prinzip hier. Ja, von dem Holz habe ich bestimmt noch was. Oder beziehungsweise kann ich mir schnell was holen. Haben tue ich, glaube ich, davon nix, aber. Akazie steht ja auch hier direkt vor der Tür. So, also. 80 Treppen sollte ich mir schon mal merken. Beziehungsweise erstmal 40 Treppen für die untere Reihe rum. Dann brauche ich nochmal hoch 40 Blöcke so von Zeugs hier, ne. Aber das wird heute mit ziemlicher Sicherheit nichts mehr. Denn so viel Leben habe ich leider lange nicht. Leider, leider. So. Ich brauche aber schon wieder essen, das ist... Ich könnte mich eigentlich jedes Mal andauernd ständig über den Fressack aufregen. Tue ich ja eigentlich auch. Also, ne. Ich rede mich einfach ständig über den Fressack auf, so. Mal sehen, ist hier noch was. Die Trichter sind wahrscheinlich schon leer. Da muss ich eigentlich gar nicht reingucken, weil wir beiden gleich viel drin und da da noch weniger drin waren. Na, ist es jetzt wirklich bald hier Flaute? Können wir jetzt nicht alle sein. Los. Geht doch. So. Machen wir das erstmal zu Treppen. Oh, geht sogar auf, ne. Da können wir 24 Treppen draus machen. Jawohl. Ich kann rechnen. Okay, da lohnt es sich gar nicht jetzt noch schnell zu warten, bis genug da ist. Ich habe mindestens sechs Blöcke brauche. Oh, und es werde licht. Sehr schön. Dann jetzt schnell mal eine Haia. Ich meine, die Nachtlampen sind schon an. Und mit Nachtlicht lässt sich auch viel besser schlafen als ohne. Und so. Ich weiß noch früher, als kleines Kind, ich glaube, wir hatten auch so ein Nachtlicht, glaube ich, so eine coole Kuh oder so war das. Aber, äh... Die hatten wir halt irgendwie nicht so oft an, die hatten wir nur so tagsüber mal aus Spaß an oder wenn wir eine Butze gebaut haben, glaube ich. Geil. 200, ja. Und ich habe mich dann früher irgendwann immer gefragt, äh... Wenn da Licht an ist, dann kann ich doch gar nicht schlafen. Äh, ne. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, dass wir so Nachtlicht an hatten. Obwohl bei mir eigentlich immer so ein kleines Nachtleuchten quasi war, weil ich immer eine Anlage anbaue oder so, so mit Hörspiel oder...